Willkommen ja willkommen zurück zu Let's Play Witcher & Clank Witcher & Clank auch ne sind sie ja bei Metropolis aber wir sind ja ja schon fällig glaube ich ne äh Select Missionen ähm Besucher als Robocheck ja haben wir alle müssen abgeschossen steht ja auch da ok Planet Eudora und Aridia Spurenhaken benutzen stimmt das gab's ja auch noch weil wir auf der Karte bei Aridia waren wir nicht dafür brauchen wir nicht Fugger hat ne Fugger hat ne da war ich nicht oh egal kommst hier weiter im Spiel verlaufen und schütteln weitere Abenteuer das Spiel ist kennt ihr das wenn man Schiff ist ne ich sag ich nicht welche genau aber Paprika Schiffs ist das dann die Lippen so richtig entzünden entzündet werden aber das tut so wehren wenig ne geschickt ja okay mach mir glaube ich erst mal Aridia ja das mit dem Schwung Haken ne das mit dem Preis an der Sprache ist gerade wieder von abgefockt ja ähm das mit dem Preis mit der Haubebau so Blackboard City geht ja noch nicht ne das müssen ja erstmal warten bis wir so Blackboard City wie ob wir die Daten haben ne um da hinzukommen okay der erste Sequenz dort mit lange Leute viel so lange so langsam ne also geht doch ich dachte er wäre dunkel okay vielleicht ist das gerade nur wegen der Mond und so ne laut und laut verlor Maute drehen das Haus das Haus und und weiter geht's Flammenwerfer Jakob und besser ist erlaubt okay dann kaufe ich mir gerade Muni weil ich die Muni brauche ich habe heute ein paar tolle Sonderangebote wo er mal einen Nachricht drücken ne in den Alter hier so ja schon klar 200 so viel wie wir auch brauchen ne immer verblüht bei Washington 3,1 vergaschne nur x drückt die ganze Zeit aber bei Washington 2 der war es da auch schon so war ich weiß gerne wie die gekauft Menü bei Washington 2 und 3 sind und bei zweitem dann fällt mir gerade eine beim dritten glaube ich auch wieder naja sehen wir ja werden die SLP ja Leute tschüss du pyrotechniker kisten gibt es ja noch eine nanosellenbrenner ich habe halt diesmal nicht brauche wow stink ganz feier ja ich habe gerade schon mal gesagt dass ich es nicht cool finde ne ja habe ich auch noch nicht die hier speichern brauche ich schon fahrstufe diesmal nix leute wie wir er schon mal gesehen habe vor zwei parts oder so lol okay wir müssen doch den sprunghaken ausgerüstet haben dafür damit wir uns da dran handeln können da ist er ja umkreist nicht r1 die ganze Zeit r1 wird man wird schwunghaken aber das ja geht ja erst in die kling 2 oder 3 wo man dann mit r1 ausschießen kann ja wo läuft per steuerung ja ok so eine dnt-kiste ja wer braucht die alle so eine inno-side geht doch wenn du willst kannst du die kamerasteuerung umkehren wähle einfach kameradektionen menu nein die kamer passt schon so gadget schon liebes ding dann ne ja weil wenn ihr nach rechts drücken könnt ne dann geht die kamera nach links ne deswegen ja ich weiß aber nicht was ihr problem gerade war ja komische tante gesprungen neuer wurde jetzt lol boah das war kaputt aber wir haben es ja überstanden also daher lol also ja aber gestern hat die vorhanden benutzer hier geht es nur wie auch überall sonst lol nein ich will die kisten haben die zurück wird lol die ist untergefallen ach ja die rum herrschwingereien ach ja ach ja das war davon geil lol ok lol dreh ich schneller die kamera da finde ich ja wenn ich weil die kamera ist so langsam fände ich für mich ich brauche schnellere kamera auf jeden fall da komme ich nicht richtig klar aber vielleicht ist auch nur meine meinung überliegt da ja jo du hast den dietrich gefunden uuuh dietrich der nicht dietrich hier voll anders aus aber naja ist halt eine hyper dietrich der alles alles kann unknackbar schlosses mit laser ziele mit den lesern auf die rezeptoren des äußeren rings bis sie grün läuft alle rezeptoren müssen grün sein bevor das unknackbar schloss geöffnet werden kann war sehr schwer leute ja hab's gar nicht geschafft aber ja komm ich geh weiter lol ok nicht schlimm wo wir jetzt geil eisenträger noch startet auch wenn man das start gerne versteht wenn ich da ist hier gerade umfug war ne war schon bestimmt ok jetzt müssen wir wieder nach nicht nach wieder sondern ja wir müssen jetzt so euro da auch wie es hieß es hieß eurora nicht euro da ja kommen wir weiter 0 also hat immer gut angemacht hat aber geld ob es auch nur ne wir haben ja jetzt so hielten ne schon vergessen ja wir kommen schnell voran ne da ist dreckig und matschig gleichzeitig ja macht Sinn 0 sieben Minuten gebraucht holy schild m sägewerk eudora der robot leutnant ansprechen also ansprechend nur wow nicht kämpfer so schade boah spielt gerade ein wenig aber was soll es nur währenddessen auf dem flachschiff des ersten vor das sollte eigentlich reichen kommander ich würde sagen hier sind wir fertig beginnen sie damit unsere neuen planeten in position zu schleppen leutnant ja sie haben ihre baumquote gerade so erfüllt gerade so wir können zur basis zurückkehren nicht zu hast dich leutnant nur weil wir keine bäume mehr brauchen müssen wir sie nicht stehen lassen zerstören sie alles hehehe wow nur der wäre egal ob man es braucht oder nicht ne einfach alles zu stören mache ich auch jeden tag wenn ich eine chipdose nicht mehr brauche ich weiß es ja auch immer aber dann wird wenn ich mal ein bisschen nicht mehr brauche wenn ich ihn nach ausmache nachts ne dann verstehe ich auch noch gleich mal sofort und kommen direkt morgens ein ne macht Sinn auf jeden Fall gefällt mir seine art und weise ne klar wer glaubt jetzt eh nicht ok lotter da geht's auf oder die säkerwerke geil rotter die alle für drag arbeiten nur für seinen vorsitzenden nein für seine altgelebene robokumpel ne so ist was was ich eben schon gesehen habe gleich habe ich sie nicht mehr war ich wusste es halt noch früher ne naja kommen wir runter da boah ähm da hinten war es was ich eigentlich suchen wollte wo geht das da lang äh lol ein extra geheimnis machen wir es mal weil ich kann weil ich gut genug da bin er gesagt lol das hat mir vor er war ja schwer wo mein kopfhörer ja egal ja leute früher fand ich es auch schwer das ding hier aber ne heute geht's so leicht wie auf die toilet zu gehen ich zeige gute vergleiche ich weiß nicht oder schon will ich oder 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 nicht oder oder die hat es geschafft voll ein händler okay nicht kratsch werden was ist das hier jetzt für was ja schon da muss ja die linken ist die der ganze drehen so gut glück haben wir es hier ja bei zwei und drei anders gemacht hat man eben nur nach einer errichtung drücken muss und dann dritte ich das ganze von von alleine wir waren die tasse nach vorne oder hinten oder nach links oder nach rechts oder nach seit nach rechts nach rechts nach rechts ich will nicht bekannt er hat werfen nach rechts der Handballwerfer da ich bin lehrt da wo oh Gott 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 das war knapp das klappt jubel und wow ich schaffe lol bohr okay gerade noch kommen wir da bleiben wir haben da sind sicher sprung hat sich die drehschwung hat nur lol geil da geht er weit drückst du die dreieckkaste doppelt ganz zu schnell zwischen deinem das das und so das muss auch mal komplett durchgedreht werden ja war nicht schwer sondern aber es war leicht ne lol da ist er ja vorne okay okay ich hätte dachte ich hier wäre geil bist das das soll das das ist das Hallo, ich bin der leitende Vorsitzende DREG und hier in der TBS suchen wir motivierte Mitarbeiter für absolut aufregende Arbeitsplätze. Grime-Bootz-Tester, Sprengkopf-Bautechniker, Mutanten-Tierpfleger, Robotermechaniker, Saugkanonentester und Verwaltungsassistente. Kommen Sie zur TBS. Arbeiten Sie an unseren Waffen und an Ihrer Karriere. Ich rufe die TBS heute noch an. Das ist unglaublich. Mann, hast du gesehen, was die hier alles bauen? Lass uns absahnen. Nein, wir müssen weiter nach Captain Quark suchen. Da hast du natürlich recht. Hab ich? Klar, wir brauchen Quark. Aber wäre es nicht toll, wenn wir ihm dann gleich sagen könnten, wo DREG ist? Denke schon. Also, wir gehen zur Raumstation und fragen die Techniker. Die arbeiten für DREG. Und sollten wissen, wo er ist. Deine Logik leuchtet mir nicht ein. Ach, du denkst zu viel. Lass uns gehen. Hey, Richard, der Logik leuchtet mir eigentlich auch nicht ein, aber ich werde sie machen, weil du, ja, das kann man nur was. Ja, eine Leute mir die Info, die wir planen noch einen, aber was sollst du, ne? Okay, wir haben ihn doch schnell gesagt, als ich dachte, wunderbar das eigentlich von mir gedacht, weil eigentlich wollte ich sie nicht finden, sondern ja, die Gegend erkunden, aber, so, das haben wir jetzt noch nicht Zeit. Ne? Ne? Der will ja nicht einfach, ne? Den Planeten, ne? Weil ich will ja auch alles zeigen, ne? Wollte ich alles, sondern das meiste, das glücklich steht, bei mir, glücklich steht, glücklich geht. Boah. Okay. Also, wir fahren die Brücke hoch mit einem Schraubenschlüssel, womit wir an einem Sandrad drehen. Er ist dann gerade an der Schraube drehen, er gesagt. Ja. Boah, das sind die Viecher. Loll. Loll. Die Viecher. Okay. Viecher, oh, äh, Roboter, mit zwei Kettensägen an den Arm. Boah. Wie heißen die Dinger? Ähm. Der Sägeblätter. Ja, genau. Sägeblätter. Hast du ein One Jumping? Die haben auflösen, nicht ganz schwer. Ja. Locker gemeistert. Boah. Der hätte die auch jetzt mit meiner Schraubenschlüssel, ähm, kaputt machen können. Uh, Kisten, ne? Nicht viel, aber die reichen für mich erstmal. Ne, 9000 Kisten hier im Spiel, ne? Bam, vergeht im Baum, ne? Okay. Ähm. Boah, drei davon. Das ist hier. Ach, da. Oh, das ist iTunes. Gadgets von Muni. John Kisten, ne? Immer im Einsatz. Die Walda. Loel, was war das? Oh, lol Los, geh weg da! geile wie immer die stadt scheiß geilen bildschirm habe den schwarzen wenn meine maus nicht bewegen dann gibt man desto bitte schon schwarzen bleibt er so warum das passiert habe ich schon erklärt deswegen erkläre ich einfach nicht mehr weil er sind doch okay die bombe ist ja schon alle ab die großen wer dachte hier und wer dachte dass die bäume stehen die kleinen fußbäume die gibt es eh hier überall dann noch mehr der auto blaster vielleicht gar nicht 4 3 3 3 3 4 4 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 wir leben noch okay wir sind keinem leute ist das einfach gar nicht okay wie sie eigentlich schützt wenn ich auf der ego stadt perspektive damit schießt noch ein sägerhaufen doch geht nicht wie sagt gewisse ich einfach mal kriege denn die wir geschossen kiste so war man so können juli kommen in den wald wird er im wald gemacht der wald wo zwei riesen ganzen rosa und eine typ mit der blase kann man steht und wiederum hallo mit dem vorken vor kräfte vollkommen wo gewesen sei weg von mir ich habe nur nur ein nahrung und ging da buchst du einen anderen Fälle, die brauche ich, für mich, um zu leben, ähm, jetzt will ich gerade Leben haben, lol, okay, da oben ist, ist einer, boah, muss aufstoßen, aufstoßen, komm, so geht es einer, ja, wie ich mir gedacht habe, da geht es ja echt überall lang, ne, okay, weil da nicht der richtige Weg ist, ich gehe erst mal hier, ne, komm ich da oben, höre, okay, erst mal, was mache ich den, Leute, und bam, okay, wie ist denn, ähm, okay, schwer hier drauf zu laufen, ne, ob sie nicht kennen, ähm, da, pyrositor-Modition, lol, halt, nein, gehen wir von mir, ich bin von daneben, wow, das war mal hier sauklapp, ach ja, ein Sound, der elektrisch ist, nein, dann wäre es ja, dann wäre ich richtig aufgewischt, ne, aber ich weiß, was im Spielen gibt, bin ich erleichtert, und ich weiß, dass ich hier vor viele Boys liegen, das war, hallo, ich brauchte alle nicht, ha, komm, eigentlich doch, ne, Leute, die liegen ja auch noch, okay, okay, so wie so ein Ding da, hat wir runterdrehen können, nice, dafür was brauchen die eigentlich, die Dinger, ach, bestimmt vom Baum, zum Baum, zum Baum, zum Baum, zum überall Etage zu kommen, ähm, die machen wir am besten, so, das war irgendwie fail, oder, und, lol, das war wirklich fail, oh mein Gott, geil, los, den Minuten nehmen wir auf, wollte ich gar nicht, weil, egal, wie, lol, wir sind hier gelandet, äh, ja, voll scheiße, Leute, wir machen nur einen Pause in diesem Part, und bis nächstem Part, tschüss! Und, bis nächstem Part, tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020